Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von Battlefield 3 bzw. von Let's Play Force, aber wir zocken Battlefield 3. Ich werde jetzt erstmal spawnen, damit ich euch gleich hier erkläre, was hier überhaupt Sache ist. Wir machen hier ein kleines Event, das der Delta Knife Doctech Event, oder auch umgekehrt, ich weiß es jetzt gar nicht, werden wir dann mal später sehen. Und zwar starten wir dieses Doctech Event ab 100 Abos. Wir haben jetzt 46, glaube ich. Noch nicht messen, ja? Das Ganze wird dann, sobald wir 100 Abos sind, gestartet und dann habt ihr die Chance, ein Doctech zu gewinnen. Und zwar nicht irgendein Doctech auf Papier oder über Web, nein, ein richtiges aus Silber mit Gravierung und alles drum und dran. Und du hast mich gleich getötet. Ich schieße dort nur, ja. Was sind die Regeln zu dieses Doctech Event? Also, wir machen zwölf Runden, zwölf Leute gegen einen. Und das bin ich, der Delta, genau. Und ja, bitte nicht rum... Pan! Du bist nicht tot, einfach. Wie gesagt, zwölf Runden, zwölf Leute, die gegen mich antreten und versuchen werden, mich einfach mal zu messern. Das Ganze, also messern muss man mit Animation, nicht wie gerade eben Panos, einfach nur zwei Streifmesser und dann bin ich tot. Nein, es muss mit Animation geschehen. Wie kann man sich... Warte, 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 nicht... So soll es sein. Genau so soll es sein. Und wie meldet man sich an? Also, erstmal auf Facebook adden. Ich werde den Link dazu in dieses Video reinmachen. Facebook adden auch nicht, ja, auf Playstation. Weil du ein Griecher bist, deswegen, auf Facebook adden, damit ich euch dann, also ihr... Mann, Panos, warum haltest du nicht einfach mal die Schnauze, Junge? Einfach nur auf Facebook adden und eine Nachricht schreiben mit Knife der Delta, also halt, dass ihr an diesem Knife Delta Event mitmachen möchtet. Und, ja, dann werde ich euch in eine Gruppe reinziehen und euch für irgendein Match zuweisen. Mit Datum und Uhrzeit und das alles. Und, bitte spring nicht rum, das bringt mich aus dem Konzept, Junge. Ich stelle mich jetzt hier einfach mal in die Ecke, dann sehe ich gar nichts. So, und, nein, Scherz. Ah, du bist da! So. Ja, ich werde mit der M5K zocken, das ist ja logisch. MPREX und, naja, C4 wahrscheinlich nicht, aber Monipack. Ja, wie gesagt, bei Facebook adden, die Nachricht schreiben, dass ihr mitmachen möchtet. Und, ja, dann seid ihr auch schon drinne. Nicht schießen, genau. Die Regeln. Wer schießt und mich tötet, der wird direkt rausgekickt und hat dann nicht mehr die Möglichkeit reinzukommen. Das hier ist auch nicht erlaubt. Nur mit Animation, bitte Messern. Genau. Kein M320, kein Defibrillator, kein Werkzeug, gar nichts. Nur und ausdrücklich der Messer. Keine Granaten, kein, gar nichts. Einfach nur Messern. Bitte mich nicht mehr töten. Und auch kein Rauch. Rauch ist verboten. Ah, ne, 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 Rauch dürft ihr eigentlich benutzen. So, zur Tarnung, weil ist ja unfair. M5K, MPREX, gehen einfach nur am Messer. Obwohl, ne. Ne, 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 Rauch ist auch verboten. Ja, die Regeln werden dann sowieso, ähm, in diese Gruppe reingestellt werden. Ja, wir haben die Regeln gesagt. Wir haben, äh, gesagt, wie man joint. Wir haben erklärt, dass wir, dass die einen Dog-Tag gewinnen können. Was gibt's eigentlich noch zu sagen? Ja, ähm, dass du zu, ah, Panos zu, zu Gutes zum C4, ne, nicht schlecht, aber er ist dabei gestorben. Naja. Aber ja, was gibt's noch zu sagen? Ähm, dass das Ganze auf jeden Fall sehr viel Spaß machen wird. Bist du noch nicht tot? Was ist das für eine Scheiße, Junge? Du musst mich messern, du kleine Schwuchtel. Ja, und am besten nicht so spielen wie Panos. Ja, denn, dann wird man schnell gekickt, und so weiter. Zu gewinnen, wie gesagt, ein Dog-Tag aus Silber, äh, Wert, circa, kannst du das schon mal sagen? Was? Der Wert, circa. Wert? Zwacken. Ja. Ne, nicht mit Zwacken. Äh, so ein 30er oder so. Ja, so 30 Euro. Um die 30 Euro plus. Um die 30 Euro, ja. Plus Spedition. Das heißt, ähm, ihr müsst auch für die Versandkosten nichts zahlen, das übernehmen alles wir, ja. Und wir werden jedes Mal, wenn wir 100 Abonnenten wieder mal erreichen, ja. Ja. Wir haben jetzt so... Grid 2. So eine Trophäe. Ne Trophäe. Oder zum Beispiel, äh, GTA Online. So eine riesen Goldkette, wo draufsteht, like a pro. Ja, genau. Und Delta schreibt, noch, ein Dog-Tag in Liebe, dein Häschen. Delta. Oder dein Knuddelbärlchen, Delta. Ihr müsst aber Messer, ihr Idioten. Ja, ja, ich weiß. Ich will dich nur anhitten, damit ich mir ein bisschen leichter tu mit dem Messer, damit du besser aus dem Konzept kommst. Anhitten ist ja erlaubt, oder, Delta? Nein. Nein. Anschießen ist nicht erlaubt, nein. Okay, also nur Messer. Und das Ganze über 500 Tickets, ne? Alter. Okay, wie wird das genau aussehen? Ähm, wie kann man jetzt ganz genau gewinnen? Ich hab das, glaube ich, nicht ganz kapiert. Für alle, die es auch nicht kapiert haben. Ja, wow, ich bin auch gelaufen, habe ja nur meinen rechten Daumen und meinen linken Stick. Alter, das war nicht erlaubt. Shit. Du wirst zwar nicht gekickt, aber du hast halt nicht gewonnen. Okay, aber wie funktioniert das? Wie gewinnt man jetzt? Also, es werden zwölf Leute beitreten, Ja, und die zwölf Leute rennen einfach nur rum und müssen mich halt suchen. Okay, wie wird es jetzt? Ist das der Erste, der dich messert? Ja, genau. Der Erste, der mich messert. Egal, ob bei dem ersten Ticket oder bei 499 Tickets. Egal, wer mich messert zuerst mit Animation, der hat halt gewonnen. Okay, ist sehr gut. Das heißt also, man muss von hinten kommen. Man kann auch von vorne messern. Wenn ich keine Muni mehr hab, weil ich von alles oder gerade mal zwölf Leuten verballert habe. Scheiße! Daniel hat gerade gewonnen. Hab ich übrigens von dir gelernte Technik. Du hast mich gehört, ne? Ja, ich war auf Panos fixiert, weil ich wusste, der kommt gleich vorbei. Ja. Nein, ich hab wieder einen. Alter. Jetzt hole ich dich aber, ne? Wir warten hier, ja? Komm her. Nicht schießen, Mann, weil bist du schwul. Warum schießt du Panos? Ich hätte ihn doch gehabt hier. Weil er schwul ist. Nicht schießen. Er kann auch uns in die Ecke vercampen. So, wir warten wieder hier, ja? Alles klar. Bin der Vordere, der rumrennt, ja? Ey, nicht schießen! Wie nicht schießen? Ich darf schießen, ich muss schießen, ich muss gegen zwölf Leute antreten, Junge. Okay, also Leute, bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen, bevor es euch ein bisschen zu langweilig wird, Junge. Ja. Will mich nach einer messern. Ja, komm her. Wir treffen uns bei den LKW da vorne, weißt du? Ja. Hä, warum kann ich dich nicht messern? Wo bist du? Delta! Delta! Nein, fuck! Na gut, bis zum nächsten Mal, Leute!